Schon bei der Begrüßung von Bischof Konrad Stasa konnte man es spüren. Beim Festgottesdienst zur Einführung der ersten katholischen afrikanischen Gemeinde im Bistum wird Schwung drin sein. Ein Schwung, dem sich auch der Bischof nicht entziehen konnte. Hinter der neuen Gemeinde steckt der Wunsch vieler afrikanischer Katholiken nach einer eigenen Gemeinschaft, in der sie regelmäßig Gottesdienste wie in ihrer alten Heimat feiern können. Ein paar Jahre hat Pfarrer Gerhard Groll immer wieder entsprechende Messen angeboten. Letztlich fehlt ihm aber die Zeit. Der Wunsch der Afrikaner war natürlich groß, dass das regelmäßiger und öfter ist. Und das war einfach für mich nicht möglich, das zu leisten. Insofern Freude, dass wir in Zukunft eigentlich darauf hinarbeiten, dass wöchentlich ein Gottesdienst für die Afrikaner ist in verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch. Und natürlich einfach auch ein Pfarrer da ist, der mit mehr Zeit und Engagement zur Verfügung steht, als ich das in Anführungszeichen nebenzu jemals habe machen können. Auffälligster Unterschied zu den Messen, wie man sie sonst hierzulande kennt. In der katholischen afrikanischen Gemeinde wird viel gesungen, geklatscht und getanzt. Manchmal fühlen sie sich nicht ganz wohl, weil hier bei uns zu Hause die Messe, die Gottesdienste sind lebendig. Und hier in Deutschland ist es manchmal für manche Leute aus Afrika langweilig. Weil hier kann man nicht singen, kann man nicht tanzen. Man singt hier in Deutschland, in der Kirche, aber man bewegt sich. Aber bei uns zu Hause ist es anders. Darum brauchen die Leute diesen Gottesdienst in der afrikanischen Ritual. Für Bischof Konrad Staser war der Besuch eine interessante Erfahrung. Er schätzt insbesondere die Stärke des Glaubens, die sich in der eigenen Form des Gottesdienstes zeigt. Man hört manchmal von den bewegten Gottesdiensten der Afrikaner. Und das wird meist zu etwas, wie kann man sagen, ja nicht gerade so ernsthaft gemeint. Etwas vielleicht, ja abträglich, ich weiß es nicht. Hier habe ich gemerkt, diese Form stimmt. Und der Inhalt, das habe ich an den Texten gelesen. Und das habe ich an dem Wechsel von Gebet, Schweigen, Gesang, Rhythmus vernommen. Dass diese Menschen ganz bei der Sache sind und ganz erfüllt und ganz darauf konzentriert, auf das Lob Gottes. Vorerst wird die katholische afrikanische Gemeinde alle zwei Wochen einen Gottesdienst im Thaddeus-Zentrum feiern. Neben den jetzt regelmäßigen Messen soll den Menschen hier auch beispielsweise mit Sprachkursen oder bei Behördengängen geholfen werden. Die wichtigste Aufgabe aber wird der regelmäßige Gottesdienst sein. Er ist für die Menschen ein Stück gelebte alte Heimat in ihrer neuen Heimat hier in Augsburg.